Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play CSGO zusammen mit Skrall Hallo Es läuft Musik Warum läuft die Musik? Weiß ich nicht Die CS Musik oder? Ja Ja die läuft bei mir auch Warum sollte die nicht laufen? Weil die scheiße laut ist, warum ist die so laut? Bei mir ist die mega leise eigentlich Und warum läuft sie überhaupt? Man hört hier überhaupt keine Steps mehr so Alles klar, ich krieg direkt erstmal einen Headshot Alter, die muss leiser, die muss aus Gesamtaufstärke der Musik auf 1 Ja, ich glaube nicht Nur Resch CT T-Spawn läuft fast Ja, ich hab ihn gesehen Aber T-Spawn läuft auch fast nicht, dass er gleich Ja, aber da ist hier auch noch Nice Nice Zwei auf ein Ne, drei auf zwei Im Laufen, Headdy Easy Lauf bei euch Stopp Der ist, der ist, der ist, der ist Oh, bleib def Wait out Er kommt, er kommt Oh, da dachte ich erst ein bisschen weiter Oh Der hoff Also remade It's okay Reload Just wait out If he is defused and kill Alright, good game Sehr gut Er hätte gedacht eigentlich, dadurch, dass ihr zwei schon so krass kassiert habt direkt, habe ich gedacht, das wird nichts Ja Ja, ich hoffe, ihr halt uns so einen Heller bekommt, das war nicht sogar Ja, du komm vor Nimm den Umb mit, Umb und Kevlar, wir haben eigentlich gut eine Runde geholt Ich weiß nicht, warum wir immer alle so weit steppt Warum nicht steppen Nice, gute Arbeit Direkt drauf, die haben die Bombe hier schon gesehen Bringt nichts, wenn wir jetzt noch stoppen Und wir durften sie eigentlich nicht gesehen haben Doch doch, die stand hinten noch Die stand geradeaus durch, der hat sie gesehen direkt Alter, der hat mir voll den Headshot verpasst Ich brauche Support, ja, ich brauche Support auf jeden Fall Ja, ich brauche Support auf jeden Fall Wieder Arbeit Eps Ja, guck ich Er hat nur gepreshooted, ne? Ne, da ist er Okay, nice This is gonna be a easy game Oh, alles klar Jetzt hat er's gejinxt Jetzt hat er's gejinxt Das ist echt so Oh, let's go B again Ah, ja, ja No Oh, ja, blockiert euch halt alle Aber passt auch, sie könnten jetzt Gegen gekauft haben Warum bin ich orange? Hab ich mich auch gefragt am Anfang, aber Nice Guckst du Apps? Ich guck short Ja, einer guckt Apps, das ist aber okay Na, one guy short Ah, ist tot Ja Auch einer ALDE Good job Ja, gut War's ne Eco eigentlich nicht, gell? Ich hab's, ne, der hat mich meiner Farmers gelegt Ich hab'n gekauft Farmers heißt aber trotzdem noch halbe Eco Also ist's Na ja Let's go, hey I smoke down I smoke down I smoke down I smoke down Let's go, let's go Abel, jungle Abel, jungle Äh, oder Abel, Stairs, besser gesagt Near window Stairs, 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 Stairs Aufsicht, CT Aufsicht, CT Aufsicht, CT Erstmal aufs Handy gucken Ja, das läuft echt so Und Sascha, was gibt's Neues bei dir im Leben? Oh, nicht so viel Gestern Bis drei unterwegs gewesen Erst um vier im Bett Ich bin müde Aber krass I'm too old for this shit Ja, so ist es im Leben Boah, hört auf, eure scheiß Waffen hin- und herzuwerfen Drückt mal einfach, drop mal deine Waffen, dann drückt mal einfach E bei der AK Ich hab hier selbst ne AK Ja, ich weiß, aber das ist der Gag Oh, scroll jetzt mit der Awe, ey Ja, man Anzeige nicht Anzeige nicht Hey, du kannst kein Jawohl, alter Hier Ja, was? Da hat sich der Scroll immer zu seiner politischen Positionierung geäußert Das hab ich schon gemacht in meinem Stream Made is clear Die haben Kallen auf Mitte drin Aber B ist ne Awe Safe call? B-Apps wurde gerade gepickt, ja Hier steppt was rum, Connector Flash? Äh, window, window Kommt glaub ich was Der Problem, wir gucken mal schnell Short Short ist was Ja, wie soll ich Short gucken, du? Ladder Room ist unser Mann Äh, Jungle ist ne Awe Ah, Connector links Aber ist Solo gegen 4 Das war schlecht Was? Puh, da warst du schnell down So, der hat sich ja gerade mal erst ein bisschen zu mir gedreht Ich dachte nicht, dass der mich direkt hittet Ja gut, ähm, so wie zum Thema einfache Runde, gell? Tjö jo Äh, Tipper hat's halt echt gejinxed jetzt, ähm Ach, was Lass mal versuchen den Pick zu setzen Ja, wie gesagt, Vorsicht, hier eben grad stand ne Awe, B-Apps Ja, alle Ja, alle Aber bitte, bitte, bitte Ja, war klar Aber ich hab ihm 39 gedrückt Ja, let's go away Ja, das ist gut War da grad fast top mit War die Onspot Gut, einer Onspot down Hat ne AK jetzt Landet jetzt Wo? Obdschungel 2CT Alright Nice Wasn't him, I think Obwohl könnte der gewesen sein Ah Stay safe Die steps hat er gehört Nice Bleib mal man Ah, gut Worth Good job, richtig good job Echo geholt Thanks Er war halt echt gut, he Tock 9 Tock 9 Ich hab's mal der Deagle probiert, hat nix gebracht What's wrong with this guy? What the fuck? Haben die nen Bot? Die haben nen Bot Let's go, let's go Scroll, move Ja, ja, ich war grade Move Move Your Head Habe 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 Von short Weckt Steps, Apps, ja Hab ihn Gute Arbeit Noch eine Apps One more Apps Habe Gute Arbeit Gute Arbeit Alter, hast mir gerade richtig Haut in den Arsch gerettet, hey, der Apps hat mich fast gepickt Oh nein, ich wollte die USB mitnehmen, wenigstens. Eieieieieieieiei! Eieieieieieiei! Arriba, arriba! Let's go behind again. Die Orb von Dane hat halt einen Fehler gerade gemacht in der Kitchen drin. Und zwar hat er unten gezielt, aber er wusste ja, dass wir eigentlich... Wow, ich bin full flashed, Alter, ich sehe null. Dass wir springen. Nice, da war der erste Pick. Boah, was? Underground, lost AD. Da ist er. Da ist er. Einer auf. Punk. Ja, Punk. Sehr gut. Kannst du meine AVP anziehen? Danke. Ich nehme den anderen. Danke. Ich geh. Warte, ich muss mit. Warte, du hättest was geschrieben? Äh, geschrieben? Nö. Oh. 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 Ah, be short. Ich lost 50. Fuck. Fuck. Einer noch Connector, ne? Hörste. Ja, ich muss aber den erstmal kurz wegmachen. Was? Ah. Ah, der war drüber. Oh, Lida. Oh. Oh. Das Spray. Oh, der war, der war aber schön. Der letzte könnte short gewesen sein. Ja, da steht A links. Ich? Oh, Stern. Purple, geplant. Connector. 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 In der Pro habe ich seinen Kopf da gerade gesehen. Heavy jungle. Heavy jungle. Terrorist. Da hat man sein Köpfchen gesehen. Ja, ich habe auch erst gedacht, aber da drin lagen halt zwei Leichen rum, deswegen habe ich gedacht, dass das leicht eine Leech ist. Ah, ja. Schon klar. Wanna go away? Ein Korps. Er ist go away. Er ist go away. Er ist go away. Er ist go away. Falsche Waffe dafür. Da war einer, hat es den Connector rübergelaufen. Warum drückst du mir denn immer zuerst? Was soll denn der Scheiß? Garke. Der macht langsam. Wir haben die Baume geplant. Der ist nur noch der auf CT. Nö, CT habe ich gerade weg gemacht. Der müsste Jungle irgendwo sein. Dann nehme ich mir die Smoke mal mit. Und dann reinúaustij mit. Oh kurva. Das ist aber dein Palace. Ja alles cool. Ja. Ich call's ja nur. Junge. Fick dich. Gravel hat ein Team-Mate angegriffen. Let's go beat. Alright. Noch bin ich nicht zufrieden mit der Runde ey, dort muss es noch besser werden. Ach come on, echt der zerschied er in der Mitte. Komm mit. Oh oh. Ja okay okay. Der Nade hat auf jeden Fall gut getroffen. So ganz dezentig ist neben ihr explodiert. Oh Leute macht keinen Scheiß, nur weil einer gepickt wurde, müssen doch jetzt nicht alle gleich ausrasten. Was? Ich hab den nicht getroffen? Oh Gott. Ich hab den nicht getroffen? Wie? Da ist die Handdie. Habe den nicht schon gepickt? Ich glaube nicht. Ah da war da noch. Nee stimmt doch. Das versteh ich nicht. War schlecht gespielt von der Seite. Ich habe keine HE. Natürlich, er hatte eine HE. Echt? Ja. Bullshit. Egal, 3.8 ist okay erstmal noch. Ich habe 12k. Der Rest ist auch genug Kohle. Sieht zwar aus. Alle genug. Blow hat schon gekauft. Ja. Sollen wir A gehen? Pff, weh, Lowe. Ey, ey. Droppy 250, Alter. Ich habe Jungle diesmal nicht gesmoked, ja. AWP aufjedenfall, Jungle. Ja. Junker. Ah! Underpass. Fuck! Underpass? Underwood magst du. Superflash. Fuck. Das war fast gut. Ja. Es war an der Kante hinbleiben, so dass die AWE noch hätte treffen können. Move B. Move B. Move B. War der noch auf A? Habe ich gerade nicht gesehen, ich habe dir zugeguckt. Er hat aufjedenfall noch einen Schuss Richtung A abgesetzt. Ja, deswegen frage ich ihn. Nice. Nice. Good Job. Ja, nice. Einziger im Team der negative ist, ey. Sascha ist doch nicht schlimm. Nimmst du eigentlich auch auf? Ja, klar. Ja, klar. Alles gut. Alles gut. Wow, ich bin fullflashed, Alter. Ja, die Flash von Blau war nicht ganz so geil. Ich finde auch, die gehen ein bisschen zu aggressiv eigentlich. Weil so, ich habe kaum Zeit, Jungle zu smoken. Die gehen halt direkt drauf. Ich meine, es ist nicht schlecht, weil die Gegner kommen damit nicht klar. Aber jetzt zum Beispiel, wenn der Jungle halt weggesmoked, das haben wir halt um einiges leichteres Spiel. Dann werden wir hier oben halt nicht dauerhaft gepickt. Ja, ja. Wo? Äh, Palace? Ich weiß es nicht. Ich stand im Palace drin. Da muss CT sein. Oder Ninja? Ne, Ninja stehe ich jetzt dran. Er ist gerade was gesehen. Steps top mit, wenn ich mich nicht irre. Ja, es war einer. Ja, gut, Albert. Nice. Huuui, ich sehe gar keine Gegner mehr. Ach, guck mal. Boah, die Standard-USP ist schon eine schöne Wache. Sie sind richtig schön schwarz und Standard. Ist auch richtig schön stark. Mittuell? Mittuell? Tasha, pass auf, Flash. Die haben Eco. Wahrscheinlich. Ja, die haben eine Eco. Die spielen auf Headshots. Their pushing apartments might be coming from underpass. No, they are going to T-spawn. Ne, einer ist, anderer passt doch. Egal, ich plante jetzt. Was? Von wegen Eco, ey. Da! Wo ist hier der Support, ihr Penner? Ich habe halt nur gehört, dass einer halt nur auf Headshots gegangen ist und das klang nach einer Pistole. Deswegen habe ich gemeint Eco. No, nicht so ganz. Ah, ich hätte eine Smoke gebraucht. Keine Ding, ooooh. Ich mach mal blau in eine AK. Let's go B. Der hat sich gerade einen Schrotflind ja echt jetzt gekauft. Ne, hat er nicht. Ah, guck mal. Gut. Alles klar. Oh, die Bombe dich hier jetzt richtig spitze. Nice, die Aave ist weg. Warte schnell sein. Einer Short. Und Short hat gepickt. Was? Von wo? Da stand niemals eine Aave. Ich stand aber hinten drin. Tja, dann ist vielleicht doch noch einer Van. Ja, da habe ich drauf geaimt. Da war niemand. Er muss von links angeschlichen gekommen sein. Oder von hinten, je nachdem. Aber ich dachte hinten guckt unsere Purple. Dieser Motherfucker. Leider Ruined Short. Ach man, das ist keine gute Runde von mir. Ich habe auch schon wieder kalte Finger. Seid echt zu, aber bei mir wird es auch gerade immer schlechter. Alter, der hat eine Nova, der muss das jetzt machen, Mann. Die Nova ist die beste Waffe im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar, Safe Call, Alter. Ja, ja. Weißt du, wie ich hier abgehen mit der Nova? Ich gehe, ja. Nichts hält mich am Boden. Oh, jetzt hat er ihn gesehen. Ja. Ja. Los, der hat ihn nicht mal getroffen. Stimmt. Seid fucking ernst. One in window window. Nice. One in window. Fifty seconds. No. We will lose this. Ah, hätte er die Bombe holen sollen. No. Okay, wenn er die Bombe geholt hätte, wäre er tot gewesen wahrscheinlich. Ah scheiße, das war letzte Runde. Da hätte ich was viel geileres kaufen können. Ah. Scheiße. P250. Weißt du, was ich mich frag, Sascha? Warum kostet die P250 300? Warum nicht? Nur weil sie 250 heißt. Sie heißt halt 250. Nein, die muss dann auch 250 kosten. Fuck wait. This is real life. Jetzt bin ich mal wieder solo W. Made one. One bomb hit. Steps b- äh steps b- side. Dann diegel. Everyone go with me. Alter, was? Ich hab ihn nur 28 gemacht. Short, 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 Sascha. Okay, ist tot, ist tot. Underground noch einer. Okay, ist tot. Oben noch. Äh ne, nochmal an Underground. Lol. What the fuck, Alter. Vollkommen verwirrt. Nix gesehen. Der ist halt echt so, Alter. Der ist irgendwo hergesprungen gekommen. Ich nehm meine Snow. Ich werde nicht mal mein Handy auf lautlos stellen. Alter, das geht mir so hart auf die Eier gerade. Let's give it to them boys. Let's give it to them boys. Ja, solo A geht da jetzt gerade. Mid? No steps b. Ja, b, 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 b. At least some. Oh. Sorry, dude, sorry. Okay, A. Haben die sich aufgeteilt? The fuck einfach nur. Wo war die Bombe jetzt? Äh, Stairs. Also zu Underground. Letzter bei mir. Oh. Oops. Sorry, Green. LAL. Why? Tell me why I don't like Mondays. I got me. Eagle. Aber ein auf A ist auch scheiße. Du musst jetzt hören, Sascha. Noch was auf A. Einiges auf A scheinbar. Ich würde mal behaupten. Alles. Ich würde mal behaupten. Oh, was? Ich wollte die gerade dealen. Mann. Okay. Oh. Ja, komm. Jetzt kann ich meine, jetzt kann ich meine Ding auch mal wegschmeißen hier. Meine UMP. Ich meine, ich gehe gerade entweder keine Kills. Alles klar. Oh, thank you. Ach, ich habe 10 AP und der sagt sorry. Oh, okay. Alles klar. Wenigstens sterbe ich die Runde nicht. Wollte ihn eigentlich diegeln, aber dann habe ich mir gedacht, M4 ist safer, oder? Ich sehe die ganze Zeit niemanden. Ja, ich habe jetzt auch endlich mal wieder seit 5 Jahren einen gesehen. Werde ich nicht. Jetzt entschuldige ich mich nochmal. Wir haben noch keine Probleme, Dude. At least I got not, not, not got killed. Keiner geht mit da jetzt. Wenn das Geräusch, dass das Ding inzwischen macht, finde ich so scheiße. Die ist... Steps. Ich smoke. Ja, ich habe auch schon eingehättet. Die wollen durchflaschen. Vorsicht, ich schliff noch nach HE, also nicht nach vorne gehen. Ich habe die Explosion meiner HE nicht gehört. Ich will schon sagen, wenn sie wieder steppen. Sie moving underground. Nice. Bomber haben wir noch nicht gesehen, ne? Steps out. Oh, fuck. Fass mich gerade an. Wo? Ja, Ausbot. Warte, warte, warte. Ach, komm. Guck mal, wie die fliegt. Oh. Man. Alter, Autosniper. Ich würde jetzt gerne eine Negev kaufen, aber... Ist nur eine Trollwaffe. Aber ich würde sie trotzdem nehmen. Sascha, es ist mal wieder Zeit für die Schrotflinte. Why? Tell me why? Ah, don't lie. Mann. 1 Minute AVP. 1 Palace. Irgendwas gehört, Sascha? Nee. Wo? Aua! Oh Gott! Was ist das? Ja, die wollten mich hier wegpushen, bitte. Lass mich von hinten Mitte an. Es ist ja nur einer, willst du mich verarschen? Was ist los hier, Alter? Kann das? Also wollen wir das vom Gegner-Team LeCole. Ja, die wollen wahrscheinlich, dass es die Runde zeigen ist. Der Typ halt ist da, der hat ja die Bombe. Oh, schweigwein. Dieger. Oh, Hund. Da ist nach B gerannt. Das ist halt fucking ernst. Oh, Leute. Ist schon raus, das ist. Es ist gekommen, B. Echt? Boah. Sag schon mal über neue Sachen, ey. Egel oder Schrotflinte? Ah, 53 direkt. Geht gerade in die Kitchen rein. Kitchen. Ich hab ihm 53 gedrückt. Einmal mit der Diegel-Schuss und einmal mit der Ding- mit der Schrotze. Ich hab' noch auf-ranked. Gut, gut, gut. Ich hab' noch auf-ranked. Oh, nein. Yay, I'm level 3. Boah. Soll ich noch auf-ranked? Puh, ich hab' mal wieder Level 40 erreicht. Globaler General. Ja, bin ich auch inzwischen der globale General. Und positiv. Ja. Ja, ich auch. War aber nicht so das Premium-Spiel, muss ich sagen. Nö, das stimmt wohl. Aber, liebe Leute. Sieg ist Sieg. Wir danken vielmals für's Zusehen. Shop beim Scroll vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Äh... Videobeschreibung. Und wir wollen das nächste Mal wieder dabei sein. Haut rein bis die Tage. Tschau. Tschüss.